Link, du bist so ein Penner, ne? Ja, es ist nur so zu füße ein Benutzer, der den steuert. Was ist so um erst rübergesprungen? Ich habe es gesehen. Oh, komm schon, Link, ich weiß, dass du es kannst. Du kannst es tun! Das ist doch mal das Einfachste auf der Welt. Ich würde die Reader nicht kaputt machen. Denkst du, ich wüsste das nicht? Äh, so. Willst du jetzt rüberkommen? Du kannst nicht so weit springen! Okay. Oh, nicht in dem Brustkampf. Brustkampf! Du bist am Ende! Niemals wirst du die Instrumente der Serie zum Spielen bringen! Niemals! Ach so einfach! Boom! Boah, ich sehe die Kampflöte. Das ist echt bei mir total der Kampf. Abwart euch! Ich mache den keinen Schaden, what the fuck. Na gut, dann musst du Somaria-Stab benutzen. Was? Feuer gegen... Ah, jetzt kann ich ihn normal angreifen? Nee, ich glaube, du musst auch noch Somaria-Stab benutzen, aber Somaria-Stab drauf. Nein, Somaria-Stab! Was verstehst du nicht so selbst, denn das ist Somaria-Stab? Ich weiß nicht, was der Somaria-Stab ist. Tot. Ich hätte dich ja schon damnig haben, weißt du das eigentlich? Wer? Ich? Du! Nein, stimmt nicht. Ich bin nur so klug wie da... Oh, ich habe mich nochmal getroffen. Ist er schon tot? Nein! Warum ist er so einfach? Weil du sich so doof anstellt. Hey, das ist total einfach! Wie? Was the fuck ist das? Kann ich das mit Bombenfällen angreifen? Das ist echt eine Frage. Hallo! Du triffst echt jemanden, oder das darfst du Kai-Sie mit Bombenfällen angreifen? Warum nur, warum? Du bist hierher gekommen, ohne dich wäre alles in Ordnung. Du darfst den Winschfisch nicht aufwecken, du bist selbst so ein Teil seines Traumes. Wie, Game? Ich weiß. Kommen wir nun zum Ende des Spiels. Also, eine Frage an dich. Willst du jetzt die rätlichen Tauschgeschäfte machen, damit du weiterkommst? Oder soll ich für dich was zum Beispiel-Tipps-Gee gucken? Ich möchte gern diese Abkürzung zum Winschfisch benutzen. Gut, also ich gucke bei Spieltipps. Ich muss eine bestimmte Reihenfolge finden. Hoch, unter links, rechts, hoch, unter links, rechts. Hä? Bin ich eigentlich gerade richtig, wo ich lang gehe? Ähm, weißt du, wo das Windfisch-Ei ist? Das weiß ich, ja. Warum? Da muss ich hin. Ich gehe zum Ende, wie gesagt. Ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen daneben. Auch nur ein bisschen. Du spielst das zweite Lied. Ach, ey, warum? Weil du dann schnell da bist. Ich glaub dir nicht. Ah, scheiße. Dann lass es sein. Ich weiß, du hast irgendwie vor mich nur, dass ich... ...dass irgendwie so ein geheimer Raum kommt, auf einmal sagt das Spiel... ...der Spielstand wird gelöscht. ...dass du einfach bedenkst. Hm? ...dass du es nicht. Es ist es true. Hier hoch. Ja, geradeaus. Es ist schlau in dir. Wieso habe ich dich überhaupt als Co-Kommentator nochmal genommen? Weil ich der einzige Binde der Spiel kennt. Ich bin bald Windfisch. Ja, ich muss da mal was suchen. Ich suche noch irgendwas. Welches Lied brauche ich? Ah, ich hab's. Ja, das erste. Epic. Epic. Das Lied ist eigentlich recht schön, aber... ...die können es nicht hören. Ach, jetzt bin ich im Ei. Ja. So. Cool. Ziemlich eckig, das Ei. Das ist so. Du musst genau das tun, was ich dir sage. Jetzt musst du in bestimmte Reihenfolge gehen, damit es weiterkommt. Ja. Rechts. Warte. Ich brauche noch kurz meine Sprungfeder. Rechts. Dann kommt der letzte Bruch. Das Spiel ist so gut wie fertig. Also rechts. Ähm. Nächsten Bein geradeaus. Hoch. Dann rechts. Die nächsten Bein wieder hoch. Rechts. Und dann hoch. Nee, jetzt ver... Was? Hä? Bist du dir sicher? Ähm. Geh doch mal rechts. Ja. Hoch? Ja. Hoch? Wie steht das da? Wie steht das überhaupt da, der Text? Die erste Abzeigung rechts. Die nächsten Bein geradeaus. Die nächste rechts. Die nächsten Bein wieder geradeaus. Einen nach rechts. Und wieder einen nach oben. Ja. Vielleicht hat er links vertauscht. Also links hoch. Ähm. Links hoch. Einmal nach links. Und noch einmal nach oben. Wo war der letzte Save-Street, den du hattest? Da. Ähm. Warte mal ganz kurz. Das Ende, das Ende, la 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 la. Gut, wir haben uns reitig verzahm in der Reihenfolge. Mhm. Ah, das ist die Lupe. Ja, das ist die Lupe. Wir haben es eben aus Queen gemacht. Rechts. Und rechts. So und rechts. Und rechts. Und jetzt geht so Rutschpust dabei. So, da geht's runter. Vom letzten Bus. Ach ne. Das ist top. Zauberpulver zuerst. Da, ja, 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 ja. Wir sind das Produkt der Albträume. Wir haben den Windschiff im tiefen Schlafversatz, um die Herrscher dieser Traumwelt zu werden. Und solange der alte Windschiff lebt, wird die Insel nie verschwinden. Uhu. Wenn Uhu. Du Uhu. Nicht Uhu. Gekommen Uhu. Wärst Uhu. Wir Uhu. Hätten Uhu. Hier Uhu. Ähm. Ja. 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 Das ist der Albtraum. Der alte Boss. Wow. Wackertpul. Oh, wozu? Aufräum. Draufschmeißen. Ja. Bescheuert. Also, ich... Das kommt als Nächstes. Das kommt als Nächste. Das kommt als Nächste. Das kommt als Nächste. Okay, das wirst du bekannt sein. Das muss ich dir jetzt sehr ruhig nicht groß erklären. Das war mir schon so klar. Nee, ich hab das ehrlich gesagt auf dem Video noch gesehen, dass ich gerade eben geguckt hab. Aber nur die Form. Der ist so doof, ne? Okay, das war die Phase. Jetzt musst du Pegasus-Stiefel und die Rampeln. Was? Oder du steckst... Achso, das ist ja nicht komisch, komm, komm, komm. Wo oben?